Herzlich Willkommen hier vom Würstelstand bei Senf oder Ketchup, unser heutiger Gast, Mr. Song Contest, kurz vor der Abreise nach Stockholm, noch bei uns, Andi Knoll. Hallo Andi, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke, gerne. Mahlzeit, das richtige Stichwort, was darfst du zum Essen sein? Ich habe geschaut und es gibt viel, aber mich interessiert eigentlich am Würstelstand immer Käsekreiner. Käsekreiner, Senf oder Ketchup? Gerne scharfen Senf, gerne auch Crane dazu und ein Semmel. Alles klar, komm, gleich. Ja, Andi, du bist ja, glaube ich, ein sehr kulinarischer Mensch, was ich so irgendwie Gelegensten habe. Du hast einen Blog einmal gehabt, Andi Knoll ist hier. Ist Essen ein Thema in deinem Leben? Sehr, ich tue gerne Essen. Ich finde, Essen kann man immer, Essen kann man alles. Ich esse gerne gut, aber vor allem viel. Ja, ich finde, man isst dann, wenn es was gibt, nicht unbedingt, wenn man Hunger hat. Also, und so war ein Würstel schnell dazwischen durch oder muss nicht immer Fleisch sein. Also, ich esse auch ganz viel kein Fleisch. Also, Essen ist schon super. Also, ich glaube, Essen ist eigentlich nach Schlafen das zweitschönste auf der Welt. Jänner 1994 habe ich nachgeschaut, deine erste Sendung auf der Welt. Kannst du die Minuten, bevor die erste Anmoderation sozusagen, was ist der Vorgang in dir? Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, ich war gar nicht so nervös, weil ich irgendwie, glaube ich, nicht begriffen habe, was da gerade abgeht. Also, dass das jetzt wirklich so der größte Radiosender des Landes ist. Natürlich, in der Nacht hören es nicht ganz so viel zu, aber es sind bei uns in der Nacht immer noch mehr als bei manchen Sendern untertags. Und das war schon sehr spektroler. Du moderierst jetzt seit 1999 den Song Contest im ORF. Wie bist du eigentlich dort dazukommen? Das Fernsehen hat beim Radio angefragt, du hauptest niemanden für einen Song Contest, hat mir mein Radiochef damals gesagt. Und ja, also Ernst Grissemann, The Voice, da gab es viele Umbrüche damals. Das sind ja große Fußstapfen. Genau. Es gab damals beim Song Contest, es gab einige Änderungen. Man hat das Orchester weggelassen, man hat nicht mehr in Landessprache singen müssen. Und das hat der ORF quasi, glaube ich, so ein bisschen zum Anlass genommen. Machen wir halt beim Kommentar auch mal was Neues. Und dann haben wir es beim Radio gefragt. Und der Radio hat mich gefragt und ich habe gesagt, ja, sehr gern. Jetzt ist heuer die Souje für uns mit dabei in Stockholm. Wie schätzt du ihre Chancen? Du als der Experte? Naja, es ist natürlich schwierig, weil das, was wir hier essen, das hat bereits stattgefunden, wie sich die geneigte Zuschauerinnen und Zuschauer vorstellen kann. Das heißt, wenn ich verdaut habe, dann wird es schon ganz klar sein, ob Österreich im Finale ist oder nicht. Ich sage jetzt Platz 17 im Finale. Das heißt, Souje hat sich fürs Finale qualifiziert und da landet Österreich im guten Mittelfeld. Wie kommst du auf diese Prognose? Weil Österreich, wenn wir nicht Conchita Wurst bringen, dann müssen wir froh sein, wenn wir uns qualifizieren fürs Finale. Das hat wenig mit dem Song zu tun, wenig mit den Leuten, die da singen gehen. Das hat viel mit Österreich zu tun. Beim Song, das muss man so ein bisschen auf der Landkarte der Menschen sein, die überhaupt anrufen, für Länder wählen. Und das sind wir halt nicht. Das hat sich irgendwann einmal so ergeben. Und das ist halt so. Was isst man in Stockholm? Weißt du das zum Glück? Ich war schon öfter da oben in Skandinavien. Die essen sehr gern so Fisch natürlich. Es ist sehr roh, so wie Jamie Oliver kocht so ein Riesenstück von irgendwas. Und dann hauen sie irgendwie eine halbe Blumenwiese drauf und alles ist grob und groß und so. Mag ich sehr. Also mag ich, ist sehr, ich glaube eher gesund. So was wie Würstelstände, gibt's die dort? Ja, ja, gibt's schon. Mit Würstel oder Würstel? Ja, das ist so, wobei das ist glaube ich Dänemark, das gibt's in Schweden auch. Also das ist ein recht lechertes Weißbrot, eine ganz geschmacklose Frankfurter-artige und dann tun sie aber geröstete Zwiebel drauf und Ketchup. Ein bisschen Curry geht auch. Also Junkfood können auch die, Gott sei Dank. Du hast ja irgendwann einmal auch den Tiroler Landesmeister, glaube ich, im Schwimmen erreicht. Warum ist da kein Spitzensportler aus dir geworden? Weil ich nicht sehr talentiert war scheinbar. Ich war fleißig, aber talentlos. Also erstens habe ich viel zu kleine Hände für einen Schwimmer und auch kleine Füße. Und ich habe das gern dann von 8 bis 18, habe ich zu meiner fleißigsten Zeit 10 Mal in der Woche trainiert. Zum Teil vor der Schule, zum Teil viel nach der Schule. Aber das irgendwann war genug. Da kam dann das Radio. Da habe ich Rauchen angefangen, leider weiß. Habe ich mittlerweile wieder ausgehört Gott sei Dank. Aber ich glaube dazu braucht man sehr viel Talent und sehr viel Biss. Und Biss habe ich nicht. Also ich bin nicht besonders ehrgeizig. Wo siehst du dich in 10 Jahren beruflich? Ich habe keine Ahnung. Wo würdest du dich gern sehen? Nein, es soll nicht schlechter werden. Also wenn man mich weiter lässt, würde ich gern weiter alles das machen, was ich mache. Weil Radio und Fernsehen und dazu, da wirst du lesen mit dir und dann wieder zum Songkontest fahren. Also ich darf ganz viel machen, Gott sei Dank. Und das ist schon sehr lässig. Also da weiß ich durchaus, dass das ein großes Privileg ist. Und es soll nicht weniger werden und es soll nicht schlechter werden. Also wenn das so bleibt, bin ich sehr zufrieden. Ja, Andiak, du hast uns vorab ein lustiges Foto aus deiner bewegten Karriere sozusagen zukommen lassen. Das hast du Aussage geklärt. Erklär uns bitte einmal, warum ist dieses Foto entstanden? Was war da? Ich war nicht jung, aber wollte das Geld. Ich habe mich nackig gemacht, wie öfter schon. Nein, das war bei der Romy und das war, glaube ich, so eine Stunde vor der Sendung. Und nachdem ja irgendwie ich mittlerweile recht gern auf Facebook bin und das auch lustig finde und auch auf Instagram, habe ich mir gedacht, das könnte man, das war wirklich gerade so, die Karte ist schon fertig, ich fast fertig und dann machen wir schnell ein Foto. Als Tiroler in Wien, wie geht es dir in dieser Großstadt und wo sind so deine Lieblingsplätze, wo du gerne bist? Stadionbad hast du vorher schon angesprochen. Ich glaube, Wien ist eine Stadt, wo man für den Euro sehr viel kriegt, qualitativ. Eine fetzend gute Käsekreiner, da im ersten Bezirk in den teureren Gasthäusern kriegst du teures, gutes Fleisch. Ein bisschen woanders kriegst du für viel weniger dieselbe Qualität. Also, ich kenne wenig internationale Städte, die so preiswert sind. Betonung auf Wert. Und insofern ist Wien großartig. Das gesagt habend, bin ich trotzdem froh, dass ich meine Eltern zum Beispiel noch in Tirol habe und dort immer mal wieder hinfahren kann, weil so die November-Depression, die bis März geht dann immer, das ist schon zack. Der einzige Nachteil an Wien ist, dass es einfach im Winter lang, dunkel und kalt ist. Danke, Andi, fürs Kommen. Viel Erfolg in Schweden. Das war's hier vom Würstelstand bei Senf oder Ketchup. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020